Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für High-Colada. Der High-Colada ist dem Namen nach ein Colada und soll dies auch sein, ist aber auch ein Flip. Der Genießer kann damit leben und trinkt diesen alkoholfreien Cocktail mit Genuss, ganz gleich ob als Colada oder als Flip. Für 1 Personen werden folgende Zutaten benötigt. 12 Zentiliter Ananassaft, 1 Eigelb, 2 Zentiliter Kokosnusscreme, Eiswürfel, Krasht-Eis, etwas frische Minze. Folgende Utensilien werden benötigt. Shaker, Strähner, Longdrinkglas, Trinkhalm. Zubereitung Eiswürfel in einen Shaker geben. Den Saft, das Eigelb und die Kokosnusscreme dazugeben. Alles gut durchschütteln. Krasht-Eis in ein Longdrinkglas geben, etwa ein Drittel. Den Cocktail in das Glas abseihen. Frische Minze hinzugeben. Mit einem Trinkhalm servieren. Als Beilagen eignen sich frisches Obst Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit.